Bevor wir beginnen, schalten wir die Maschine aus und starten dann Kinetik NC. Die Software merkt, dass die Maschine ausgeschaltet ist und wir benutzen jetzt den Demo-Modus. Die Software läuft nun im Demonstrationsmodus. Das hat einen Vorteil, dass wir keine echte Maschine angeschlossen haben und eventuelle Programmierfehler sich nicht auf die Maschine auswirken und wir nichts beschädigen können. Kinetik NC hat einen Editor für die G-Code-Sprache eingebaut. Wir gehen in Menü, Datei, NC-Programm erzeugen. In dem Dialog geben wir einen Namen ein und drücken Speichern. Wir können nun den Editor auf eine handliche Größe einstellen, damit wir bequem darin arbeiten können. Der G-Code-Editor selbst hat beim Erzeugen einer neuen Datei zwei Kommentarzeilen angelegt. In der Zeile 4 sehen wir ein Prozentzeichen. Dies markiert den Anfang eines NC-Programmes. Es muss unbedingt in der ersten Zeile vor einem G-Code stehen. Der Editor verfügt über ein sogenanntes Syntax-Highlighting. Dies bedeutet, dass bestimmte Elemente der G-Code-Sprache farbig dargestellt werden. Dies erleichtert das Schreiben von Programmen und die Fehlersuche enorm. Was die Befehle im Einzelnen bedeuten, werden wir später noch lernen. Anhand dieses Beispieles sehen wir, dass bestimmte Befehle, wie zum Beispiel der Befehl G0, in blau dargestellt ist, Zahlen und Koordinaten werden wieder in einer anderen Farbe dargestellt. Wenn Befehle nicht erkannt werden, werden diese hellblau in einer dünnen Schriftart dargestellt. Daran kann man erkennen, dass dies kein gültiger Befehl ist. Zeilennummern zum Beispiel werden in olivgrün dargestellt, Spindeldrehzahlen in rot. Im Editor funktionieren die üblichen bekannten Abkürzungen, wie zum Beispiel Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-X, für Kopieren, Einfügen, Ausschneiden.